Einen wunderschönen lieben Alialöchen, herzlich willkommen zurück zu Alone in the Dark 2024. Ja, wie immer, wenn ich die Ansage mache, hocke ich mich nach vorne. Das ist irgendwie ein Tick, glaube ich, ich weiß es nicht. Wir machen weiter, denn nach dem Tick folgt der Spielfluss. Black Pharao. Heutzutage würde er gecancelt werden, weil der es bestimmt weiß. Und dann macht das Blackface nicht mehr. Ich bin einfach dreimal gecancelt heutzutage. Ich finde es cool, die haben den Vibe von damals ultra gut eingefangen. Also richtig, richtig gut. Ich glaube, die meisten Kids und Jugendlichen heutzutage, wenn in die Vergangenheit geportet werden, ein Alter, das wäre für die eine Horrorshow. Das wäre für die echt eine richtige Horrorshow. Ich habe mal überlegt, ob ich mal so ein C, äh, ein C, ein C-Buch. Ein Drehbuch, so ein kleines Miniserien-Drehbuch schreibe, wo ich genau sowas passieren lasse. So eine kleine... Ja, gleich. Ja, gleich. Ja, gleich. Ja. 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 Ich bin immer wieder. Ja. Was ist, wenn ich dich nach Nord, nach Kingsport? Ich weiß, dass Mutter noch eine Familie hat. Ich habe mir gedacht, um zu gehen, jetzt zu lange zu gehen. Ich habe noch nicht nach Massachusetts in Jahren gelebt. Ich habe immer noch für die Erinnerung, du kennst. Das alte Nachthaus macht für ein großartiges Motiv. Dein Vater und ich gehen fast jeden Sommer. Dann, wenn mein Großuncle ist, haben wir wieder zu gehen. Was ist da zu tun, über den Darkman? Er hält dich zurück, oder? Du fühlst, dass du nicht verlassen kannst. Der Darkman ist mit mir seit ich 12 Jahre alt bin. Er standen auf dem Platz, da oben da. Für einen kurzen Moment, seine Gäste nahe mich. Und das war es. Ich erinnere ihn für was er war. Der Kaffee war es. Der Kaffee war es. Der Kaffee war es. Ich dachte, es war mein Turn. Aber ich war nur da, um mich zu bemerken. Aber er war nur da, um mich zu bemerken. Instead, ihn hat mich auf mein Vater, neben mir. Ich war es. Ich sah ihn zu ihm und sah ihn aus. Der Widersch der Widerschheit der Pail, der ich noch nie gesehen habe. Er hat ihn aus. Er hat ihn aus. Er hat ihn aus. Er hat ihn aus. Was kann ich getan haben, Jeremy? Bitte? Es gibt ein Weg. Er ist zwei Worte. Eine Worte als die andere. Ein kontraktierendes Buchstab. Jetzt in seinem Tempel. don't you remember what it said I don't want to try it, Jeremy what did the contract say no, we can't we can't let Nualin suffer that blight I have to make this sacrifice what are you talking about is this the thing from the bayou Juan said something Ahhhhhhhhh! Okay so there is a way to break the pact at least... hidden somewhere inside the Dark Man's Temple. I just need to find it... somehow. so das ist das untere müssen wir wieder eingeben eine minute ok dann ist fertig nice nice da ist da ist da ist da haben wir da schon irgendwo ein da will ich ja das ist das ist okay doch irgendwo ist das eigentlich um shisha rauchen wir müssen doch hier irgendwas finden oder immer emily emily didn't recognize this part of town she didn't even know if it was a real address she had found did gallatin street exist or was it something jeremy had made up as she closed in on the address she began to worry would she meet jeremy there or was she running into the arms of the dark man himself also das zeichen außen innen des waren das wieder haben wir nicht hier aber nicht besser das ist das das letzte ist hatte letzte ist 8 oder nee oder ist es 6 5 12 18 nee warte mal es ist ja 5 oder dieses m ah nee doch ist die 8 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 jetzt bin ich richtig verwirrt warte mal warte mal warte mal warte mal 1 2 ah ich idiot ich hätte die ganze zeit drehen müssen dafür sind ja die zahlen links da und bei der 1 man bin ich dumm also 2 dann haben wir 2 das erste 2 4 5 2 5 und das unten 6 7 8 ok 2 5 8 2 hat man schon 5 8 5 8 nice ok ja die shisha kohle die nächste folge ist fetch worry Leute ich muss die bloß hochladen ja gut dann ja gut dann äh welche ist es hier äh 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 Emily Ach ach lol der ist jetzt auf äh ok Entschuldigung Entschuldigung weil unser licht ist ja absolut useless ne Jetzt wird es ein bisschen useful. Okay. Okay, okay, okay. Ooh. Ooh. Geil. Losing my mind. Walk into the desert. Emily was in a cold and cruel desert, as her feet pushed into the ancient dunes, her mind flickered to the beach in Kingsport, where the shadow of the tall lighthouse crossed the coast like a needle. It seemed so much more sinister than it should. A temple dedicated to the dark man, she thought. How is this worth pursuing? This is madness. Okay. Okay. Voll geil. So ein Game wäre doch auch mal cool, ne? Was so nur in der Wüste spielt und alles. Also ein Horror Game meine ich. Horror Psycho Game. Das Gefühl, die Sandfotzen und die Drecksborken sind hier auch wieder. War nicht runter? Die Sandfotzen und die Sandfotzen sind hier auch noch nicht so und die Sandfotzen Und das sei schon so. Ich bin jetzt hier auch noch gut. Das ist auch noch Oh, okay. Okay. gehen wir doch mal weiter aber das heißt ja dass der dark man uns hier haben möchte das blut ist wieder sehr vertrauens erweckend laufen wir ein bisschen nach vorne frau den frieden gerade nicht schaufeln mitnehmen da kann man nicht sehr gut okay okay liebe hier glüfen das hat so was richtig mystisch ist an sich kommen glaube ich aus einer sehr entfernten zeit sind in der zukunft oder vergangenheit ist das kannst du jetzt aussuchen da draußen können hier hinten rumlaufen danke ah ja okay ich sehe ich sehe ich sehe ich sehe was haben wir denn hier ein baum super super was du keine drecksborken bist das alles okay bist du du bist auf jeden fall wertvoll was sollte wo bestimmt drecksborken drin sind was ist das jetzt seil schlüssel gegenstand okay seil super man kann die dinge wenigstens nicht drehen jenseits des nietals 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 nicht der kampf der kampf despite all efforts that unholy sites did not collapse but sink beneath the sand the pharaoh is long dead his name meticulously stricken from all ancient writing but that stage meant for blood and terror remains the temple is said to be lightless built to harbor all the hunters of the dark found in the very in the very depths our universe calling on the gods meant creating a bridge between our world and theirs the terrible aldebaran of tauris the black sun was seen as the most important star in the night sky because according to the kitab alazif it was said to be the home of that crawling chaos known as nyalahotep through ancient mechanisms it was said that the priests could open shafts channeling the light emitted by that strange stone called the shining trapesohedron several streams pooled together above the statue of that dark man would then be sent through space towards the black sun a message to the gods the gifts bestowed on the sender are completely undocumented but often assumes to involve dark blood pacts where souls are traded for malicious miracles okay been intrigued and the richtig intrigued aber hier auch gotts we get in money super hey hey dann gehen wir mal wieder hoch ok sind lang hier jetzt lang dann kann man das salter fest machen und hier kommt safe im monster ja ok ich muss da irgendwie runter gehen ok, du kannst das, emily Lordsher sci wajes retry ok ok ms let's go let's go Hallo. Okay. Was haben wir denn hier? Laniap? Anope. Okay. Licht der Ferne. Ah, schön. Anope. Kann ich pee? Sieht aus wie ein Pee-Pee. Alter, das blau sieht saugeil aus. Sieht richtig cool aus. War ja echt. Was bist du für eine? Anunnaki. Oh. Alter. Ne Mietzi. Da ist ne Mietzi. Also was ich auf jeden Fall weiß, dass die alten Ägypter schon wussten, dass Mietzi einfach King sind. Mietzi ist Beste. Okay. Okay. An das Rätsel kann ich mich noch vage erinnern aus dem ersten Teil. Das fand ich immer so cool. Sodass man das mit dem Licht machen muss. Hab schon lange nichts mehr mit nem Licht gemacht. Okay. Schau uns jetzt aber erst hier komplett um. Ich habe das in einem Traum gesehen. Aber als ein schalles Pee der Schmerz. Das ist definitiv, wo das Kontrakt ist. Aber wie kann ich es hinbekommen? Und hier M's. Und dem wir es jetzt holen. Und nix drin. Scheiße. Okay. Na gut. Dann. Aber ich hoffe wir können ein bisschen mehr Schuss mitnehmen. Ja. Irgendwie ist es dunkel. Und dann hier. Ich meine da ist Blut. Da muss doch was sein. Ach. Da können wir unten durch ne. Aber beim Dock kommt man nicht unten vorbei. Ne. Also bitte. Ems. Das ist jetzt inkonsistent was du hier machst. Ah. Horizont. Schlüsselgegenstand. Ach schön. Eine überraschend präzise gefertigte Linse mit einer bedeutungsvollen Hieroglyphe. Hä? Hm. Ich glaube diese hier bewegt. 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 Ein Vorhang. Hä? Ich kann gar nicht sagen. WTF. Sieht echt noch gut aus. Aber jetzt müssten normalerweise gleich Gegner kommen. Ähm. 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 Und circa. Eine Stunde und 22 Minuten ist Weed in Deutschland offiziell legal liebe Freunde. Happy for 20 days schonmal. Hä? Nach. Keine Ahnung. Gefühlt 40 Jahren kenne ich Leute die drauf warten. So. Keiner da? Wo sind sie denn alle? Äh. Geh da ne Flederfotzzl, Alter. Die zweite Bitch. Wie sieht die denn aus? Ah! Ich hab irgendwas aufgeweckt, ne? Alter. Das sind das für Tiere, Alter. Die müssen sich echt mal untersuchen lassen. da kommt die nächste linse rein wieder nix ach komm ja gut dann gehen wir mal hinter was haben wir denn da was ist denn das da unten jetzt das sind Fledermäuse oder sind das Fledermäuse da sind echt mehr Fledermäuse ich habe ja immer noch welche aber wo drüben oder egal wir gehen weiter so weiter kommen hier irgendwas zu vieles zeug eigentlich wo wir mitnehmen sollten jetzt kommen das war ein paar stufen alter jetzt bitte da kannst du auch wieder durch oh ja sehr geil ach das war die lampe ich dachte kommt mit der war x zum x drücken ah lalalala was haben wir denn hier lalalala oh dann ja kinder der dunklen sonne eins von drei unersprechlichen kulten ok ich sehe oh was ist denn das ich weiß nicht was ist denn das Vorschlag haben wir oder weil er auch echt schnell kaputt gegangen ist also ultra schnell kaputt gegangen ist sogar aber ok wieder nix drin man ey aber nee schau her hier ist gar nix krass alter wie cool es ist ja cool es ist ja cool okay dann haben wir das flederbitch ich sagte verpiss dich da flieg da runter du flederbitch eine 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 v eine flederfotze und ja v mit v äh f mit v v mit v dann gehen wir jetzt hier runter oder da ist zu hier zurück leh so dann hier rüber und jetzt ist da die andere tür offen jetzt ist die offen genau jetzt ist die offen genau ah der decksel das ding ah fuck der ist ja schon hier dreck Sporky ich fick euch oh shit woher sie fickt mich say hello to my little friend ok ach können wir da unendlich aufnehmen ach das ist ja cool das ist ja cool nice ja und hier sollen wir nix machen ok wahrscheinlich kriegen wir deswegen mehr also ich dachte die gehen ja eh so schnell kaputt dann lass mal einen unendlichen vorrat hier anlegen ok lol aber das geht nicht na gut na guti ok ok wieder nix ah doch diesmal schon oh shit und wir ach hier geht's nicht warte mal warte mal warte mal ok ok es hat nicht so funktioniert wie ich das gern hätte ok 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 Okay. Oh. Oh, okay. Wollte ich das noch mal aufnehmen? Nee. Okay. Die Unterwelt, eine überraschende Präzise. Ja, das hatten wir ja gerade. Schön. Okay, ja gut, das müssen wir jetzt da hinten oben einlegen. I see. Das machen wir auch noch schnell. Okay. Okay. Emily, let's go. Let's go. Emily, wir sind noch nicht fertig hier, ne? Nimm die Knarre raus, Lady. Okay. Ames. Oh, wir runnen mal da ganz durch. Jawoll. Jawoll. Auch. Und hierher. Jawoll. Okay. Okay. Ey. Äh. ja wird das kaputt machen jawohl was haben wir jetzt aufgemacht ich frage mich was wir jetzt aufgemacht haben irgendwo was aufgegangen jetzt wieder wo ist jetzt was aufgegangen ich schau jetzt bloß mal nicht dass hier irgendwas aufgegangen ist leute komisch hier 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 was ist es da geht es da auf näher glaube ich nicht auf hier machen komisch ok gut dann gehen wir mal da wieder zurück gespannt hm zurück so zurück safe kein durchgang ne ok dann bin ich jetzt gespannt wo was aufgegangen ist dann habe ich eins gar nicht gesehen gehabt da bin ich jetzt echt gespannt am ems laufen weißt du läufst nicht so gern aber ist egal Zeit ist Geld hier Geld haben wir nicht haben wir auch keine Zeit hier 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 wo ist er jetzt wieder zu wo bist du zu Oh 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 Okay Okay Es hat funktioniert Ah Warte mal Jetzt kommen wir nämlich mit dem hier hin Und den ganz linken Ja Hier Ein schöner Shot auf Emily Das hat er gesagt Okay Liebe Leute Aber wir machen Geht's da lang? Nee Aber Leute wir machen eine neue Folge Und damit wünsche ich euch noch eine wunderschöne Nacht Tag Was sonst bei euch ist Bleibt da anständig Denkt dran ne Und wir rollen Das Outro 어�st ein Bereich Ich Are